Hallo, ich bin der Yusufi, ganz nah ran, ganz nah, auf Afghanistan und ich war eigentlich auch voriges Jahr bei Bolsonaro in Afghanistan und in Afghanistan ist nirgendwo Fischer für die Menschen, nicht für ihr, für Mann und Frau, Kind oder egal, nur für die Vorwärts und für die neue Beamte und für den Schiff, für diesen Fischer, weil sie haben Beschützer, und ich empfehle jedem von den Hörnern und auch die Regierungschefs, sie haben hunderte Beschützer und deswegen bin ich mit Afghanistan für die Bischof, für jeden Fall, ein einfacher Mensch ist wirklich komischer, nein, es passiert auch in Kabul, zum Beispiel, Attentate, da sind vorige Woche einmal in einer Krankenhaus etwa 100 Leute umgekommen und auf der Straße, wo man von einer Stadt nach anderer Stadt fährt, da konnte man entfernt werden und diese Menschen, die von hier abgeschümmen werden, sie haben überhaupt nichts, sie sind hier mit 4.000 Euro oder Dollar, was sie geschundet haben, sie schundet haben in die Gelegenheit gekommen und wenn sie nochmal nach Afghanistan abgeschümmen werden, dann haben sie alles vermutet und deswegen, ich danke, danke Beherrschaften, die hier, gegen die Abschiebung stehen und ich danke euch allen, dass wir diese Initiative unterstützen und das ist eine menschliche Kategorie, wenn die Menschen aus Afghanistan nach Afghanistan geschickt werden und ich danke ihnen, dass sie uns unterstützen, danke euch und ich danke euch allen, danke euch allen, danke euch allen